So, willkommen hier zurück zu Royal Rerolled. Mein Name ist Marc Coxie und dann wollen wir einfach mal hier mit Level 32 starten. Bevor wir das aber tun, bessern wir mit 646.000 unsere Zauber auf. Und zwar einmal 40 Eier, Bombe 80. Ja, perfekt. Das Ganze machen wir hiermit auch. Noch 100, 20. Wir machen es einfach. Und dann als nächstes kommen die Truppen. Naja, 40.000. Wir bessern hier mal auf 2.000, 5.000, 10.000, 20, 40, 60. 60 haben wir nicht mehr. Ähm, machen wir hier halt noch. So, 60. Wobei die 60 waren eigentlich Verschwendung, aber naja, was soll's. Die hier sieht doch schon ganz ordentlich aus. Gehen wir hier auf Karte. Machen wir einfach Level 32. So, ist gut. Das Mikrofon ein bisschen nach oben. So, jetzt. Meine Mächte werden dich in die Finsternis treiben. Pass nur auf. Leck mich am Arsch, du dumme Tuss. Zack. Oh yeah. Die Zauber haben wieder einiges drauf. Das freut mich. Zack. Wunderbar. Holen wir hier mal unsere neuen Kanonen. Kann man nichts machen. Wobei, bis auf hier. Neue Kanonen. Zack. Willen wir natürlich die Bombe hier wieder zurückfetzen. Genauso wie die. Die muss wieder zurück, da wo sie hergekommen ist. Oh, hammergeile Sache, Leute. So heimsen wir uns wieder jede Menge Rekorde ein. Meine Fresse. Ist das geil. Ja, gut. Zack. Nein, da machen wir nichts mehr. Schauen wir lieber einmal hier ein bisschen. Uh. So langsam geht es mir in meinem Leben zu Ende. Aber da haben wir noch einen Trank. Zack. Lasst ja meine Bomben hier in Ruhe. Ihr habt eh verloren. Halt, wir gehen einmal außen rum. Da gibt es eh nicht. Zack. Einfach herrlich. So. Jawohl. Da machen wir einmal. Den Rest müssen gar nicht meine Leute machen. So. Oh. Schlecht. Na ja, da muss ich mich halt wieder lebendig machen lassen. Gibt es gar nichts. Zack. Wunderbar. Wunderbar. Drei Sterne können wir hier leider nicht ergattern. Aber muss ja auch nicht sein. Wobei. Reizen wird es mich schon. Zack. Fuck. Oh. Oh. Einfach geil. Das freit mich wirklich. Wir könnten vielleicht sogar. Nein. Können wir ja nicht mehr. Oh. Das kriegen wir so hin. Das war's. Wunderbar. So können wir ja die nächsten 10 Level weitermachen. Ja. Ich will weiter schreiten. Zwei Sterne. 30.000. Hammer geil. Willkommen Level 33. Starten wir natürlich gleich. Gibt es gar nichts. Wir haben fast 200 Diamanten. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist sogar ganz gut. Gut. Die Tonspur läuft auch. Nicht, dass wir da noch was Falsches machen. Zack. Und weiter geht's. Kümmern sich meine Mörser. Drum. Ich habe ihnen ein bisschen Schluck auf. Wann auch meine Mörser machen das. Da kann man ja noch ein bisschen mithelfen. Da auch noch. Zack. So. Das sollte man. Jawohl. Die Scheren abstellen können. Zack. Zack. Oh, so wird das glaube ich nichts. Die nächsten 10 Level. Mein Held ist am Kränkeln. Zack. Komm, Trank. Komm, Trank. Da. Hol ich mir natürlich. Was ich ja ganz schön will, wenn ich es nicht machen würde. Das kann ich nicht abstellen. Doch, da. So, dann kommen ja hier was noch mal neue Truppen hierher. Oh, da ist schon wieder eine Kanone gefallen. Gar nicht gut. Zack. Jawohl. Hier nochmal aufpetteln ein bisschen. Stellen wir uns hier in die Mitte rein. Voila. Die Level werden jetzt auch hier wirklich richtig lang. Muss man wirklich sagen. Das soll meine Türme machen. Ich kümmere mich hier drum. Das soll meine Türme machen. Was für ein Schwachsinn. So. Wunderbar. So. Voila. Hätten wir auch mal hier zu Fall gebracht. Wunderbar. Die Festung hole ich mir. Ja, die Festung fällt jetzt relativ schnell mit meinen Mörsern hier. muss man schon sagen. Ist gar nicht wie gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Zack, zack. Gleich haben wir es hier geschafft. Oh, was. Gut. Gut. Einwandfrei. So. Und dann geht es hier weiter. Mit 38.000. Und wir machen ganz weiten. Und wir machen ganz weiten Sprung nach vorne. Level 34. Wunderbar ist das Ganze hier. Einfach Weltklasse. Und das mal nicht neu und unstabil ist, weiß ich auch nicht weiter. Aber das kriegen wir auch hin. Die Knochenbrücke. Schwuppdiwupp. Das Geld nehmen wir mit. Die Scheren schalten wir ja wieder aus. Die uns gemeinden. Oh. So. Gut. Diesmal geht es hier meine Truppe an den Kragen. So wie es aussieht. Nicht mehr mir persönlich. so alle hier schön vernichten. Was machen wir eigentlich hier? Mörser. Oder Steinschleudern. Oder wie man sie auch immer nennen mag. Die Truppen von den Gegnern werden immer mehr. Das ist nicht so ganz ohne. Oh. Ist nicht so ganz ohne hier. Egal, dass wir dich überlassen sollen. Wobei. Ja, geht gerade noch. So, ich sollte schauen, dass mein Held hier ein bisschen schneller sich wieder auflädt. Ja, das kriegt da hin. Gut. Oh. Gefährlich. Das habe ich nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Aber die Hälfte der feindlichen Festung ist eingenommen. Das ist schon mal wichtig. Und ich hoffe natürlich, dass ich das Projekt irgendwie hier heil zu Ende bringe. Ohne etwas zahlen zu müssen. Und die feindliche Festung ist gleich futsch. Was habe ich gesagt? Wir haben wieder gewonnen. Für ein Level reicht es noch. Definitiv. Das kriegen wir noch hin. Das machen wir. Ja, 37.000. Es wird immer mehr Leute. Level 35. Wir kommen so langsam dem Ende zu. So langsam aber sicher. Schauen wir einfach mal. Aber das Ganze sieht gar nicht übel aus. Gefällt mir relativ gut. Gut, am besten kümmere ich mich nur hier um diese Truppen. Den Rest sollten meine Mörser hinbekommen. Na, ein bisschen schneller. Und ich bin da. So. Die schicken wir dann auch zurück. Das nehmen wir mit. So. Zack, zack, zack. Und weg. So. Dann wollen wir ja gleich mal. Die Zeit tickt. Holen wir was von denen. Im Truppenmäßigen. So. Und falls ich jetzt wirklich zu schwach sein sollte. Kann ich noch ein Stückchen. Nach hinten. Zack, zack. Na, toll. Irgendwie laufe ich da immer rein, wenn die Bomben explodieren. Zack. Ja, so wie es aussieht, müssen wir noch dann eine längere Pause einlegen, dass ich wieder Geld verdienen kann. Denn wir schaffen vielleicht noch zwei, drei Level, dann war's das. Zack, zack. Oh, da sind ja auch noch zwei. Ist ja furchtbar. Da kann man sie jetzt natürlich eine ganze Weile auf der Brücke aufhalten. Wobei, da kommen ja schon meine Mörser. Zack. Bleiben nur noch ganz wenige übrig. Oh, meine ziehen wie immer den Kürzeren. Oh, wenn ich da nicht sterbe, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich echt Glück. Ja, da merkt man, meine Mörser werden auch immer schlechter wieder. Beziehungsweise die feindliche Festung wird immer stärker. Das merkt man natürlich gleich. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Warte mal ein bisschen. Weil ich jetzt mal einen anderen auch so machen kann. Zack, weg. Muss alles, muss weg. So, einmal hier Ostereier. Das nächste Geld stecke ich voll in meine Truppen. Steht fest. Oh. Wow, ein richtiges Gemetzel und Geballre. Wahnsinn. Zeitlimit passt auch noch. Nach dem machen wir dann Schluss. Dann folgt nochmal ein Part. Mal schauen, wie es dann in dem läuft. Hier ist es nämlich ziemlich knapp immer. Und echt anstrengend. Mal schauen. Wunderbar ausgezeichnet. Grandios. Weltklasse. So, dann geht es hier einmal weiter. Aber wir haben nur einen Stern. Schade. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder in Level 6.